Ja, hallo zusammen, ich bin's Jess. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einem neuen Video. Heute geht es um das WordPress Plugin Thrive Leads. Damit kann man seine E-Mail-Liste aufbauen. Das bedeutet, man kann damit Opt-in-Formulare erstellen und auf verschiedenste Art und Weise auf der Webseite einbinden. Thrive Leads löst übrigens das Plugin Hybrid Connect ab. Das ist nämlich vom gleichen Hersteller, nämlich Shane Malach. Und ja, ich würde sagen, wir starten hier mit der Verkaufsseite und dann zeige ich euch das Plugin in Aktion. Wir haben hier wieder natürlich ein schönes Video, was erklärt, was das Ganze kann. Und wir gehen jetzt einfach mal die wichtigsten Features durch. Was den Herstellern besonders wichtig war, dass die Designs, die Templates, die man für diese Opt-in-Formulare anpassen kann, Conversion-stark sind. Ja, das ist sehr, sehr wichtig. Und deswegen sind die Designs auch sehr schön dargestellt beziehungsweise sehr schön erstellt worden. Und ja, das zeige ich euch dann aber gleich nochmal genauer. Spannend ist auch das Feature, dass man das Plugin beziehungsweise die erstellten Formulare sehr zielgerichtet einsetzen kann. So kann man zum Beispiel sagen, dass ein Formular nur in der Kategorie Video beispielsweise erscheinen soll. Dann könnte man ein Formular erstellen, wo es ein Freebie gibt, bei dem es sich um das Thema Video handelt. Das heißt, es ist dann im Endeffekt sehr, sehr targetiert und kann die Conversion-Rate dementsprechend nochmal steigern. Wir können Split-Tests durchführen, also wir können verschiedene Plugins gegeneinander testen. Und wir haben natürlich wieder sehr schöne Statistiken und Reportings, die wir uns anschauen können. Hier sind mal die verschiedenen Arten von Opt-in-Formularen, die wir erstellen können. Darunter natürlich das übliche Pop-up-Lightbox, das wir hier dann sehen, wenn wir zum Beispiel eben das Fenster verlassen möchten. Wir haben ein Ribbon, das ist hier oben der Bereich, der eingeblendet werden kann. Wir haben natürlich die Möglichkeit, das Ganze am Ende eines Postings, eines Blogartikels anzeigen zu lassen, automatisch. Wir können einen sogenannten Two-Step-Opt-In einstellen. Wir können ein Slide-In erstellen, sowie natürlich auch ein Widget, das wir dann auf die Sidebar oder per Shortcode und ähnlichem überall auf der Seite einfügen können. Hier sehen wir mal einen Einblick in so ein paar Templates. Also es gibt wirklich viele sehr, sehr schöne und sehr, sehr cleane Templates, also sehr, sehr saubere Templates, wo man sich auch gerne einträgt. Das Ganze arbeitet mit einem Drag-and-Drop-Form-Bilder. Also man kann da sehr einfach das Formular anpassen an seine eigenen Bedürfnisse. Und ja, also mehr kann man, mehr braucht man dazu eigentlich auch nicht sagen. Es ist natürlich kompatibel mit allen Browsern. Es ist responsive, das heißt, auch auf dem Smartphone sieht es gut aus. Alles, was man eben im Endeffekt wirklich für ein gutes Opt-In-Formular benötigt, kann man hier mit Thrive Leads auf jeden Fall machen. Ja, wie gesagt, Testen, Split-Tests, habe ich schon gesagt. Da kann man zum einen natürlich unterschiedliche Designs gegeneinander testen. Man kann aber auch unterschiedliche Positionen gegeneinander testen. Also zum Beispiel diesen Ribbon gegen einen Slide-In und so weiter. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Hier sehen wir nochmal, wie das Ganze dann von innen aussieht. Aber das zeige ich euch jetzt gleich auch nochmal, wie das funktioniert. Dann sehen wir hier, wie mit welchen Autorespondern das Ganze funktioniert. Die, die hier aufgeführt sind, sind nur Beispiele. Das Ganze, Thrive Leads funktioniert nämlich mit jedem Autoresponder, weil man da auch wieder nur den Code vom Autoresponder bzw. vom Webformular des Anbieters einfügen muss. Bitte darauf achten, dass man das rohe HTML nimmt. Also ich habe da des Öfteren mal Anfragen bei den Opt-In-Formularen, welchen Code man denn da jetzt im Endeffekt benutzen sollte. JavaScript-Code funktioniert eher selten. Daher bitte gucken, dass man auch wirklich den HTML-Code und wenn möglich noch den rohen HTML-Code auf jeden Fall bekommt. Also ohne CSS etc. Ja und dann kommen wir hier auch schon zu den Preisen. Das sind jetzt die Launch-Preise. Das heißt, es kann durchaus sein, dass es in nächster Zeit ansteigt. Also dass die Preise ansteigen. Wir haben drei verschiedene Lizenzen, darunter die Agency-Lizenz. Da kann man das Ganze auf unendlich vielen eigenen Seiten, aber auch auf Kundenseiten installieren. Wir haben die Unlimited-Sites-Lizenz, wo wir das Ganze eben auf unseren eigenen Seiten installieren können, auf so vielen, wie wir möchten. Und die Single-Site-Lizenz, wo wir das Ganze auf einer von unseren Seiten installieren können. Ich persönlich habe jetzt die Agency-Lizenz, damit ich es eben auch, wenn ich möchte, bei meinen Kunden installieren kann. Das finde ich ganz praktisch. Preislich finde ich das hier jetzt auch in Ordnung. Das kostet hier jetzt 39 bis 127 Dollar. Wer jetzt nicht für Kunden arbeitet, sondern es für sich selbst benötigt, der ist sicherlich mit der Unlimited-Zeit-Lizenz gut bedient. Für 67 Dollar umgerechnet sind das ungefähr, gut, der Euro ist relativ schwach. Das sind vielleicht jetzt 60 oder 59 Euro. Aber dafür bekommt man natürlich auch nochmal ein Jahr Support und hat eben auch unlimitiert viele Updates etc. So ist da immer auf dem neuesten Stand. Ja, und sollte das Ganze eben nicht so bei euch funktionieren oder ihr findet das nicht gut, dann könnt ihr das natürlich innerhalb von 30 Tagen wieder zurückgeben bzw. canceln. Dann bekommt ihr euer Geld zurück und dann ist es auch gut. Nochmal zusammengefasst, wir haben hier Thrive-Liz, ein WordPress-Plugin, mit dem man Opt-in-Formulare erstellen kann, die man an verschiedenen Positionen auf der Seite anzeigen lassen kann. Man kann das Ganze gegeneinander testen, man kann Split-Tests machen, also verschiedene Arten von Formularen gegeneinander testen und ja, mit einem Page-Bilder halt sehr schön an die eigenen Bedürfnisse anpassen. Okay, ich würde sagen, wir springen jetzt mal ins Plugin rein bzw. ich zeige es euch jetzt erstmal in Aktion. Ich habe es nämlich hier auf der online-business-tools.de-Seite aktiviert. Hier oben seht ihr zum Beispiel diesen Ribbon, den habe ich so angepasst. Das ist ein Template, wo ich eben so ein paar Bereiche nochmal individualisiert habe. Da sieht man das Cover, ich habe einen Text und dann natürlich Name und E-Mail-Adresse und los. Eine andere Möglichkeit, das Ganze einzubetten, ist eben zum Beispiel unter einem Blogartikel. Das ist dann automatisch, wenn man das so einstellt, unter jedem Blogartikel. Ich bin ja immer ein Fan davon, das immer schön sauber zu halten, also schön eine cleane Designs zu verwenden und dementsprechend habe ich mir dieses Design dann so angepasst. Und ja, ich glaube, das erregt trotz der Tatsache, dass es halt recht dezent ist, noch Aufmerksamkeit. Und eben weil es so dezent ist, ist es jetzt auch nicht so, dass man sich genervt davon fühlt oder genötigt fühlt, sich da einzutragen. Gut, ja, das hier jetzt mal zwei Beispiele und wie das Ganze von innen aussieht, das zeige ich euch jetzt. Wenn ihr Thrive Leads das allererste Mal hochladet, also als Plugin installiert, dann müsst ihr das hinterher aktivieren mit eurer Lizenz. Die habt ihr im Mitgliederbereich von Thrive Leads dann stehen und das müsst ihr dann einfach nur eingeben, die E-Mail-Adresse und den Lizenzcode. Und dann könnt ihr damit arbeiten. Wir sehen hier den Punkt Thrive Leads, da klicken wir drauf und dann seht ihr schon, dass hier so ein paar Zahlen sind. Das sind halt eben diese ersten Formulare, die ich erstellt habe. Und dann funktioniert es wie folgt. Wir haben im oberen Bereich eben so auf den ersten Blick ein paar Zahlen, also die Unique Impressions, die Conversions, wobei man hier bei den Conversions sagen muss, dass es sich dabei um die Eintragungen handelt und nicht um die bestätigten Eintragungen, weil das kann das Plugin im Endeffekt nicht wirklich herausbekommen. Und dann haben wir eben die Conversion Rate, die sich daraus ergibt. Wir können als allererstes verschiedene Gruppen anlegen, in die wir dann wiederum unsere Formulare erstellen können und hineinpacken können. Dann können wir Shortcodes erstellen und eben diesen Two-Step-Lightbox-Bereich, da können wir dann auch unendlich viele Two-Step-Buttons, Links und was man nicht alles haben möchte, erstellen und dann einfügen. Hier zu diesem Bereich ist zu sagen, wenn man hier jetzt ein neues hinzufügt, zum Beispiel hier habe ich das Opt-in-Footer genannt, dann kann ich da draufklicken und habe dann die verschiedenen Arten von Opt-ins, die ich dann auch jeweils hinzufügen kann und einstellen kann. Es ist aber wichtig, jeweils eine unterschiedliche Gruppe anzulegen, je nachdem, was man möchte, denn man kann pro Gruppe festlegen, wo dieses oder die erstellten Formulare dann angezeigt werden sollen. Das heißt, ich kann hier auf den Bereich Display Settings klicken und dann kann ich festlegen, wo diese erstellten Opt-in-Formulare angezeigt werden sollen. In dem Fall habe ich hier nur ein Footer-Opt-in erstellt und das soll natürlich bei allen Postings, also bei allen Blogartikeln erscheinen. Dann speichere ich das und dann ist das fertig. Ich habe für das Ribbon oben ein eigenes gemacht, weil ich dieses Ribbon an anderer Stelle darstellen möchte, eben zum Beispiel auf der Startseite, ja, und da möchte ich ja zum Beispiel das Post-Footer-Widget, gut, in dem Fall würde es da nicht angezeigt werden auf der Startseite, weil da ja keine Blogbeiträge sind, aber nichtsdestotrotz habe ich es getrennt, damit es einfach auch übersichtlicher ist und man noch viel individueller dann die ganzen Dinge einstellen kann. Ich füge jetzt einfach mal eine neue Gruppe hinzu, ich nenne sie Test, gehe auf Add Lead Group und habe dann hier die Testgruppe und dann überlege ich mal, okay, welches davon möchte ich haben. Wir können hier mal ein Widget erstellen, dann klicke ich hier auf Add und dann klicke ich auf Create Form, das nennen wir auch nochmal Test und dann kann ich das Ganze hier bearbeiten, kopieren, Statistiken zurücksetzen oder archivieren. Natürlich möchte ich das Ganze jetzt aktivieren bzw. bearbeiten, damit wir das ja auch haben und dann sehen wir hier auch schon die Templates. Wir können natürlich auch eigene Templates erstellen und auch eigentlich so gut wie alles da individuell anpassen. Wir sehen auch hier, dass es sich jetzt hierbei wirklich um diese Widgets handelt, die wir dann größtenteils eben in die Sidebar packen. Wenn wir das jetzt zum Beispiel per Shortcode irgendwo einfügen möchten, dann macht es Sinn, einen der anderen Kategorien zu wählen, damit wir eben ein anderes Design entsprechen. Das sind also hier jetzt nicht die gesamten Templates, sondern die sind dann eben immer, je nachdem welches Formular man erstellen möchte, wo das dann im Endeffekt erscheinen soll, direkt schon daran angepasst. Wir können uns hier also eins aussuchen, welches nehmen wir mal. Nehmen wir doch mal hier direkt das erste, da klicke ich drauf, Choose Template und ja, dann können wir das anpassen. Das bedeutet, wir können jeden Bereich hier anklicken und dann eben entsprechend hier bearbeiten. Das Bild können wir verändern, indem wir hier auf Change Image gehen, dann kommen wir zu unserer Image Library und wenn wir möchten, dann könnten wir hier jetzt beispielsweise auch noch ein bisschen Text hinzufügen. Packen wir das mal hier hin, dann erscheint hier diese, dieser Enter Your Text hier. Das können wir dann anpassen und da haben wir auch wieder so diese bekannte, ja, Navigation oder Menüleiste, mit der wir dann entsprechend das Ganze formatieren können. Also, ihr seht auch hier schon, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt, neben den Grundeinstellungen eben auch noch so ein paar tiefergehende Dinge, wie, wie, ja, die, die Margins und Paddings, das ist jetzt im CSS-Bereich ein bisschen was, aber so prinzipiell, ja, sind so die wichtigsten Dinge auf jeden Fall enthalten. Jetzt ist das hier noch leer. Hier müssen wir unseren Autoresponder-Code einfügen. Das musste ich auch erst herausfinden. Da muss ich einfach hier, oder muss man einfach hier auf dieses Feld klicken, Autoresponder-Code und dann kommt dieser Code hier rein. Dann erscheinen hier unten zwei Felder, das zeige ich euch gleich nochmal kurz, in einem fertigen Widget, beziehungsweise in dem Post-Footer-Widget und dann könnt ihr das entsprechend benennen. Da könnt ihr dann eben auch den Namen und E-Mail-Adresse, was so in dem Feld stehen soll, hineinpacken. Und den Button können wir natürlich auch ändern. Da klicken wir hier auf Edit Components und dann möchte ich hier den Submit-Button ändern und dann sage ich, da soll losstehen. Und dann steht da eben los. Das können wir alles anpassen. Da muss man sich wie bei allem so ein bisschen durchklicken und ausprobieren. Wo wir uns noch so ein Star-Rating. Da wollen wir natürlich fünf Sterne haben. Das ist, ja, ganz spannend. Also da können wir wirklich alles Mögliche mitmachen und das Ganze speichern. Und wer möchte, kann auch noch hier ins HTML gehen und kreativ werden, wie er möchte, auch mit eigenem CSS und vieles mehr. Wenn wir das dann gemacht haben, dann klicken wir auf Save Changes. Wir können uns noch eine Preview angucken, also eine Vorschau. Und dann könnten wir das hier jetzt schließen. Und dann haben wir hier das Formular erstellt. Jetzt müssen wir zurück zum Dashboard und natürlich eben jetzt hier festlegen, bei der Gruppe Test, wo dieses entstellte Widget entsprechend erscheinen soll. Das ist in dem Fall natürlich jetzt relativ, weil wir es ja per Widget einbinden. Da gehen wir dann in die Widgets und fügen es in die Sidebar ein. Wie gesagt, wenn wir das jetzt mit einem Shortcode machen möchten, also zum Beispiel irgendwo manuell auf der Seite platzieren möchten, dann klicken wir hier auf Add New. Sagen wir nochmal Test, Add Lead Shortcode. Und dann haben wir hier den Shortcode und können den aber natürlich dann dementsprechend auch bearbeiten und hier wieder das Formular erstellen. Und dann sehen wir hier auch schon die Möglichkeiten, die wir haben, das Ganze per Shortcode zu erstellen. Da haben wir zum Beispiel dieses hier, Choose Template. Und dann kann ich das auch wieder, wie ich möchte, anpassen. Ich kann sogar hier den Hintergrund ändern. Das kann so ein bisschen rot sein. Ich kann da einen Rahmen drumherum packen und vieles mehr. Genau. Ja, und das ist eigentlich schon die ganze Kunst an dem Ganzen, so ein Formular zu erstellen. Das finde ich sehr praktisch. Und jetzt wollte ich euch ja noch kurz zeigen, wie das aussieht, wenn man den Autoresponder-Code eingefügt hat. Das habe ich hier gemacht. Dann klicke ich hier wieder auf Bearbeiten. Und dann klicke ich hier in dieses Namensfeld hinein. Und klicke auf Autoresponder-Code und habe hier meinen Code eingefügt. Und dann kommt hier eben die Möglichkeit zu sagen, okay, welches Label soll das Feld haben? Ist das ein Pflichtfeld oder nicht? In dem Fall sind es natürlich Pflichtfelder. Und dann klicke ich auf Save. Und dann habe ich das Ganze hier so stehen. Worauf ihr achten müsst, gerade für die Post-Footer-Bereiche, dass es nicht allzu breit ist. Das ist halt responsive, das passt sich an. Und dann werdet ihr hier jetzt sehen, dass das Ganze nicht hundertprozentig so aussieht, wie hier in dem erstellten Bereich. Das hier ist jetzt das, wie es aussieht, weil hier der Post-Bereich entsprechend nur so breit ist. Und so breit sieht es allerdings auch aus, wenn man es hier jetzt anpasst. Also man sieht das hier so ein bisschen, das ist natürlich viel breiter als das, weil es eben sich jetzt an die Breite des Post-Bereiches angepasst hat. Deswegen musste ich hier auch so ein bisschen nachhelfen, im Sinne von, dass ich ein bisschen vom Text was geändert habe, den Text ein bisschen kleiner gemacht habe. Und ja, damit es halt im Endeffekt vernünftig aussieht. Da muss man so ein bisschen ausprobieren. Aber ja, das macht ja eigentlich auch Spaß, wenn man da so ein bisschen ausprobieren kann. Und damit habe ich jetzt ein Opt-in-Formular erstellt. Das funktioniert auch. Das habe ich schon getestet. Und ich finde das sehr schön, weil man hier sehr kreativ werden kann. Man kann halt die Templates benutzen, die da sind. Die kann man aber dann eben auch anpassen, so wie man möchte. Und man kann auch noch eigene Templates erstellen. Also da wirklich komplett selbstwiss machen und gestalten, so wie es einem dann eben passt. Und was ich halt wirklich klasse finde, ist, dass wir die Möglichkeit haben, auch diese Two-Step-Buttons zu erstellen. Oder da kann man auch einen Link erstellen und so weiter. Two-Step bedeutet, dass man, das zeige ich euch mal kurz auf dieser Seite, falls ihr das noch nicht wisst, dass man halt als allererstes auf einen Button oder einen Link klickt und dann ein Pop-up erscheint, in dem man dann im Endeffekt, ja, seine E-Mail-Adresse eingeben kann und dann in dem Fall zum Download kommt. Das ist sehr, sehr effektiv. Empfehle ich auf jeden Fall jedem, der da sich mit dem E-Mail-Marketing auch ein bisschen intensiver beschäftigt. Gut, das war es jetzt zu den Thrive-Leads. Ich werde da in Zukunft sicherlich auch noch ein paar mehr Videos machen, je nachdem, was ich hier auch für Ergebnisse bekomme und was sich vielleicht noch ändert und so weiter und so fort. Wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ja, wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr das hier natürlich auch gerne werden. Dann verpasst ihr auch kein weiteres Video. Link zu Thrive-Leads findet ihr in der Beschreibung und auch irgendwo hier auf dem Bildschirm. Da könnt ihr draufklicken. Ansonsten Fragen dazu natürlich wie immer in die Kommentare. Das war es von mir. Ich wünsche euch noch eine ganz tolle Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Eure Jess. Untertitelung des ZDF, 2020